24,5 Kilometer, Engeltried, Obergünsburg, Café Marjane und zurück. Letztes Läufchen vor der Burgenland-Extrem. Winter im Allgäu. Schönes Läufchen noch über 24 Kilometer. Letzter Test vor der Burgenland-Extrem. Bei Schnee, teilweise hohem Schnee. Jetzt Badewanne und die nächsten fünf Tage kein Laufen mehr. Nur noch entspannen, erholen und freuen auf 120 Kilometer im Burgenland. Also, bis nächsten Freitag.